Die FC Bayern hat den Meistertitel plötzlich wieder selbst in der Hand, und die nächste Aufgabe könnte vom Papier her nicht leichter sein. Trainer Thomas Tuchel warnt allerdings. Die FC Bayern München hat nach dem Patze von Borussia Dortmund am Sonntag, 15.30 Uhr der Sohn, die Rückkehr an die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga fest im Blick. Mit einem Heimsieg gegen Schlusslicht Hertha BSC würde der deutsche Serienmeister um Kapitän Thomas Müller wieder am BVB vorbeiziehen. Im Sport gäbe es immer die Möglichkeit, es wieder gut zu machen, sagte Trainer Thomas Tuchel. Der 49 Jahre alte Trainer muss allerdings die Abwehr umbauen. Nach Außenverteidiger Alphonso Davies fällt auch Rennenverteidiger der Y.U.T. ab A.M.E. Kanu verletzt aus. Die Berliner sind nach Ansicht von Tuchel nach dem Trainerwechsel zu Pelladal schwerer auszurechnen. Umso mehr müsse man sich komplett auf sich fokussieren, sagte Tuchel. Die Dortmunder hatten sich am Freitagabend 1 zu 1 vom VfL Bochum getrennt. Zum Ärger über die zwei verspielten Punkte in Bochum kam auch das Unverständnis über Schiedsrichterentscheidungen. Noch führt der BVB die Tabelle mit zwei Punkten Vorsprung an. Mit einem Sieg würden die Münchner aber wieder vorbeiziehen und Kurs auf den elften Meistertitel in Serie nehmen.